Ich befinde mich jetzt auf dem Chabra, am höchsten Punkt, 1200 Meter. Ich filme jetzt nach Westen, nach Osten. Ich werde jetzt machen einen Rundumschwenk vom Chabra Richtung Süden. Da liegt der Flugplatz in Sisterao. Sisterao ist eine wunderschöne Stadt. Habe ich mir vorgestern angeguckt. Und hier, jetzt schwenke ich nach Süden. Da sind die ganzen hohen Berge. Ein Rundumschwenk. Jetzt schwenke ich nach Westen. Hier sehen schon einige Drachen. Ein Gleitschirm ist schon gestartet. Jetzt schwenke ich nach Westen. Um Chabra, die Kette, 5 Kilometer lang. Und hinten ist der Mont Ventoux. Jetzt schwenke ich schöne Wolken. Werde nachher fliegen. Jetzt schwenke ich nach Norden, wo die Antenne da hinten ist. Das ist sehr. Und Aspre. Auch schöne Fluchtgebiete. Und ein schönes Bade. Schwimmbad. Naturwasser. Jetzt schwenke ich nach Norden, Richtung Gap. Die Badewanne. Zu meinem Ausgangspunkt, wo ich im Gap vor vier Tagen gelandet bin. Jetzt komme ich wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Das war's.